Die getötete Reva Stenkamp ist die nächsten Wochen noch einmal im Fernsehen zu sehen. Stenkamp war die Freundin des Behindertensportlers Oscar Pistorius. Ein südafrikanischer Sender zeigt jetzt eine schon produzierte Reality-Serie, die in Jamaika spielt. Stenkamp war hauptsächlich Mannequin. Am Donnerstag wurde sie erschossen aufgefunden. Pistorius ist des Mordes angeklagt. Seine Familie wehrt sich gegen die Schwere dieses Vorwurfs. Man sei schockiert über Revas Tod, sagt ein Onkel von Pistorius zunächst. Man bedauere aber den Anklagevorwurf, es habe sich um eine vorsätzliche Tat gehandelt. Dafür sehe man keine Grundlage. Pistorius war auch vorher schon weltberühmt, da allerdings wegen der Siege und Rekorde, die er auf seinen ganz besonderen Beinprothesen erzielte. Ja, also ist es für eine Schle�und mit der Schleidung des Zähne. Das ist das Wichtigste. Aufmerksamkeit. Drei Rekorde.